Oft reden wir in unseren Interviews über die Tech-Branche, immer häufiger auch über Biotech-Unternehmen. Heute wollen wir beide Themen angesichts steigender Zinsen und rezessiver Tendenzen miteinander verbinden. Und dafür habe ich einen spannenden, interessanten Gast eingeladen. Es ist Jürgen Harter von Medical Strategy. Schön, dass Sie da sind, Herr Harter. Es ist so, dass viele Tech-Unternehmen zuletzt ihre Prognosen zum Teil deutlich verfehlt haben. Die Börse hat die Unternehmen noch abgestraft. Zehntausende Menschen müssen entlassen werden. Im Gegensatz dazu steht die Biotech-Branche, die eben weder zinssensitiv noch konjunkturabhängig ist. Warum ist das eigentlich so? Ja, Biotech, das ist der wesentliche Unterschied, ist verantwortlich für die Entwicklung von bahnbrechenden, lebensnotwendigen Therapien. Und am Ende des Tages braucht man die immer. Da ist es egal, ob es einen Konjunkturabschwung gibt. Wenn Sie einfach schwer erkrankt sind, brauchen Sie die Therapie. Insofern spielt es einfach keine Rolle. Die Ergebnisse waren durchweg deswegen auch positiv. Und jetzt wird auch ein bisschen genauer geschaut. Früher war Biotech immer in dieser Tech-Ecke. Aber jetzt wird Gott sei Dank etwas besser differenziert. Und der zweite Aspekt ist ja die Zinsseite. Da haben wir ja auch das Thema, dass Biotech eigentlich überwiegend Eigenkapital finanziert ist. Das heißt also, auf der Kostenseite bei Zinssteigerungen ist das nicht das Thema und behindert die Unternehmen ja nicht, ihre klinischen Prüfungen oder ihre Forschungsaktivitäten erfolgreich weiterzuführen. Wie haben sich denn jetzt Biotech-Unternehmen und damit auch deren Aktien im aktuellen Kapitalmarktumfeld entwickelt? Ich meine, mich zu erinnern, dass Volatilität durchaus in den vergangenen Jahren, wir haben ja auch schon einige Interviews geführt, groß geschrieben war. Ja, das ist so. Das war letztendlich auch dieses Jahr so, weil man halt dann in Phasen, wenn der Gesamtmarkt nach unten geht, auch nicht mehr differenziert. Und dann wird Biotech auch mit nach unten gezogen. Aber die Erholung war dann natürlich auch wieder besser, sodass man sagen muss, es hat sich schon einfach eine differenzierte Entwicklung gezeigt. Schauen wir nach vorn. Wie sehen Sie denn die mittelfristigen Aussichten für die Biotech-Branche? Ja, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also die Large Caps im Biotech-Bereich, die ja schon nahe am Pharma-Sektor dann eigentlich stehen, die werden durchaus, was das Wachstum angeht, das wird sich ein bisschen abflachen. Da kommen auch schon erste Patentabläufe dazu, was in der Regel mit Umsatzeinbußen verbunden ist. Die Firmen müssen da ein bisschen was tun. Aber was besonders interessant ist, sind die kleineren Titel, also Mid- und Small Caps. Weil die sind überdurchschnittlich abgestraft worden in diesem Jahr, wo man auch sagen muss, naja, sie liefern den Nachschub an Therapien. Das ist eigentlich besonders abwegig, warum man diese Firmen dann so nach unten gezogen hat. Aber es könnte ja auch sein, dass die dann umso gefragter sind, vielleicht auch mit Blick auf Merger und Acquisitions. Ich sehe viel, was Sie posten auf LinkedIn. Und da war ja auch in diesem Jahr einiges los, oder? Ja, das ist so. Wir haben sogar einen Rekordstand bei uns im Fonds. Elf Übernahmen jetzt und das Jahr ist noch nicht vorbei. Also da sieht man schon, der Nachschub an neuen Therapien, das ist einfach essentiell für die großen Firmen aus dem Pharma- und Biotech-Bereich. Und dann werden die Aufschläge, die natürlich bezahlt werden müssen, die sind sehr hoch. Ja, also bis über 100 Prozent teilweise. Und das ist es halt. Wert und Bewertung klaffen dramatisch auseinander in der aktuellen Situation. Der Nachholbedarf ist enorm für viele Biotech-Unternehmen aus der mittleren Ebene. Sie haben Ihren Fonds angesprochen. Selbstverständlich möchte ich auch speziell auf diesen Fonds schauen. 22 Jahre Managed Medical Strategy, diesen Fonds mittlerweile. Das ist eine ganze Menge. Da haben Sie also einen langen Track-Record. Wie sind Sie aktuell aufgestellt und wie haben Sie in diesem Jahr agiert? Naja, in 22 Jahren hat man natürlich schon viele Krisen erlebt. Das ist nicht die erste. Und da weiß man oder hat man ein gewisses Gespür auch, was im Markt so passieren kann, wenn die Wohler anspringt. Insofern haben wir dieses Jahr ein bisschen vorsichtiger agiert. Das bedeutet, dass wir im ersten Quartal tatsächlich die Cashquote angehoben haben. Ja, eigentlich sogar auf dem Stand, den hatten wir in 22 Jahren noch nicht, war relativ hoch. Wir hatten auch einen höheren Big Pharma-Anteil als sonst. Und das war auch gut so, weil wir dann letztendlich in diesen deutlichen Rücksetzern umschichten konnten. Also das Cash einsetzen konnten, total ausgepombte Titel dann billig kaufen konnten. Und das hat uns dann, weil es ging ja im August dann wieder nach oben geholfen, dass wir dann diese Titel, die dann wieder stark gewonnen haben, wieder höher gewichtet hatten. Also es ist kein Markt-Timing. Das machen wir nicht. Wir wissen ja auch nicht, wo der Markt hingeht. Aber das ist einfach ein bisschen modellieren. Und da hilft die Erfahrung natürlich auch. Grundsätzlich sind wir ja Stockpicker. Wir gucken auf Unternehmen. Aber in solchen Phasen wie derzeit, wo ja einfach viele Dinge zusammenkommen, ist es nicht schlecht, wenn sie einfach auch, wie hat es Warren Buffett gesagt, wenn die Flut zurückgeht, dann sieht man, wer keine Badehose anhat. Und wir haben immer eine an. Bis auf die Krawatte. Die haben wir heute weggelassen für dieses spannende Gespräch. Jürgen Harter war das von Medical Strategy. Herzlichen Dank. Alles Gute für 2023. Vielen Dank.